Hi, wir spielen jetzt Duellings oder Speed Duell. Ich kann hier noch ein paar Karten aussuchen. Und ein paar Fehlsteine wieder erhalten. Cool. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Das letzte Mal war es auf dem Handy. Gibt es auf dem Handy und auf Steam kostenlos. Da kann ich noch die Tickets eintauschen. Das wollen wir, weil wir haben noch ein Dankeschön. Und was für ein Dankeschön. Oh, 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 oh. Die ist gut. Elementar-Helpen. Ja, schau mal. Die nehmen wir auch, weil wir uns gleich ein Deck kaufen, wo Elementar-Helpen drin sind. Und was? Ähm. 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 Irgendwas Ballenfahrt noch? Ah, Einstimmung. Ne, warum nicht. Straße zum Sternlicht. Oh, ne. Man spinnt sich doch Fuchs. Ich würde sagen, die nehmen wir noch mal rein. Also meine Lieblingskarte. Boah, die war eigentlich, die sind auch gut. Die nehmen wir auch. Ups. Ey. Bei Amazon, der kannst du hier auch diese bauen. Okay. Oh, Mann. Okay. Nehmen wir jetzt zweimal. Na. Ja. Ja, komm. Nehmen wir jetzt mal noch Fuchs. Zack. Haben wir schon mal fünf Knallkarten. Ähm. Ja. Genau. Jetzt. Na. Nimm doch so. Kann ich einen Doppelklick machen? Nein. Gibt's natürlich nicht. Mensch. Jetzt. Und die. So. Das sind wirklich. Einen der Rechte. der besten Karten. Am Anfang. Ähm. Oh Gott. Ein paar schreckliche Fügel. Fährt der Blumenritter. Oh. Fusionskarte. Mal nicht schlecht. Schrei des Erdunterweltlast. Ne. Naja. Unser nicht. Ne. 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 Oh. Wir müssen noch den Ner... Elementarheld. Kehr... Ja, nehmen wir den. Ja, eh noch. Oder? Da war noch ein Kugibu, ne? Nein, wer guckt? Das ist... Achso, hm. Ich dachte, die geflügelte Kugibu. Ne, gut. Dann haben wir doch die. Ähm, so. Ich stehe die dann. Jetzt dauert es ein bisschen. Okay. Ich summe jetzt hier nur ein paar aus. Und dann geht es weiter mit Sparpmen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Mhh. Da hat mir... Dual-Karfen aufgegeben. Ja, toll. Uh, Gnudurt. Nehmen wir den noch nicht rein. Der erste Mal. Ich schick's jetzt da an. Ja, das wollen wir hier. Nicht Strahl. Gärfried. Wenn ich jetzt... Ach komm. Nehmen wir noch ein zweites Sparpmen. Ja. Was konnte die eigentlich? Ne. Jetzt wollen wir nicht. Machen wir es jetzt. So. Was ist das? P.K. Achso. Okay, irgendwie ist das nicht mehr weg. Nee, 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 nee. Oh, nee. Ich lasse nicht irgendwas. Nee, nee, nee. Wollen wir nicht. Machen wir jetzt nicht. Ähm. Das würde ich jetzt nicht. Ich lasse mir die Tage aus. Scheiße. Ich muss mir auch ein paar Duelle machen. So. Jetzt gehen wir es mal in den Schock. Weil... Oh. Ich mach mal drei E-Schnitte. So. Hier ist Rocksharp. Was ich empfehlen kann, sind... Nachtgeleber. Wo ist das? Das. Das ist sehr gut am Anfang. Das wollen wir haben und... Ach, scheiße. Dekopieren. Nein. Ähm. Nein. Nein. Okay, wir wollen das noch nicht kopieren. So. Warten. Nein. Dekopieren. Nein. Ähm. Nein. Okay, wir wollen das noch nicht kopieren. Kaufen. Ja. Wird jetzt halt ein bisschen teuer. Gute Anfangstecks. Und dann nehmen wir noch. Was ist denn so viel Chaos? Das... Kenn ich noch nicht mehr. Wie gesagt, ich hab's vor... Zwei Jahren glaub ich mal gezockt. Ja. Das nehmen wir erstmal noch nicht. Fuh, ne. Desperador. Oh, die... Die ist ja neu. Bugstoßdrache. Den kenn ich noch. Sprengspindel. Die gab's als Normalkarte. Hm. Ich hab... Sein Decor auch noch relativ... Das nehmen wir auch mit. Dazu Five Thieves. An. Also... Die Bild von Five Thieves drüber gehen. Stefan. Jogi. Irgendwie war's noch wahrscheinlich. Oh, Mann. Nein. Nein. Jetzt... Oh, nein. Wollen wir jetzt. Oder springen. So. Hier haben wir noch Gold. Hier können wir Bingo spielen. Das heißt... Joey wieder besiegt. Da haben wir... Einmal... Deck... Predator öffnen. Da muss man halt die ganzen Aufgaben machen. Jetzt kriegt man diese Karte dort. Die hinterrum ist. Feinkontrollen. Ähm... Tag. Kann ich glaub ich grad nicht sogar gehen, sag ich. Doch. Das wir für... GX. Lass uns loslegen. Wir schließen. Wir kommen Parken zusammen und gewinnen das Tag. Yeah. Yeah. Äh... Oh, hier können wir nochmal decken. Oder auch nicht. Wollen wir uns jetzt nicht lassen. Hey, Bones. Äh... Lieber nochmal. Ich bin nämlich nur Anfänger-Deck drüben. Frühtuch-Karne-Nade. Bones. Ich kann... Ähm... Mist... Just... Ah... Epik. Glaub ich. Gratis Spiel von Epik. Ruf eine Karte aus deiner Hand. Schöne nur die Ankunft und der hat alle Monster auf der Schwung. Sein ist Gegner. Nur Punkt. Bis Ende des Spielzugs. Ich bin an der Reihe. Ich ziehe... Mein... Und so. Ich benutze das jetzt noch. Bones. Dann... Setze ich die... Mach den Angriff und greife an. Zack. Einmal aufs Fressbrett. Ich ziehe die Pappenhaunen. Ey. Und dafür gibt es eins aus Mo... Ich kann nicht mal ihre Karten sehen. Spiel du. Komotemische Taktik. Amotemische... Boah... Schmetken. Fledermaus. Ich weiß eigentlich... Aber es darf nämlich nicht aus dem Pflegermaus. Ja okay, du. Mechanischer Pflegermaus. Wow. Was hat sie denn da jetzt? Puh. Oh. Heil. Okay. Okay. Ja. Ich würde sagen wir rufen... Puttung im Auge und... Beenden. Das ist gut. So. Da sind wir die Damen angegriffen. Zack. Diese schwachen Monster eh. Baaah. Ne, woher... Wir wollen einfach beenden. Zack. Die wird dran. Zuuuuck. A... Stag. Du hälge gewonnen. Du gewinnst. Zack, 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 da haben wir Punkte. Ah, cool! Dieses andere? Oh ja. Also dieses Duell-Linx hat immer diese komischen Events, weil Tag Team ohne dieses Minispiel der Monitgap runterriffen. Okay, komisch ist es da eine Mischung. Notarie, da wollte ich vorher schon drauf. Zeit geht mit der nämlich. Aufklicken und dann kriegt der Münzen, Aufwertung, Schlüssel. Die waren glaube ich für Aufwerten. Irgendwas zum Aufwerten. Mal gucken nochmal. Ah cool, Kicks rettet es. Und das ist auch gut. Naja, also ich... Alle mystische Elfen mit Zeug und Verteidigung. Und dann hat der Lappen 1100. Hm, weiß ich auch nicht. Hier gehen wir wieder zurück. Hier haben wir auch noch einen Event. Kugel. Punkte sammeln und... Könnt ihr... Ich glaube... Hups. Steigt sich der Wert hier. Ja, jetzt kriege ich nur eine Rare-Karte. Hier war noch... Super Rare. Da auch. Und hier eine Ultra Rare-Karte. Und... Ich glaube da auch so eine Prisma-Dings. Gibt es noch. Super Rare, Prisma, Super Rare oder so. Ultra Rare und dann... Zum Scheiß. Volt. Ja, ausgeführt werden. Das heißt wir haben... Nix fertig. Komisch. Ein Symbol... Fußball... Golf... Was ist das mit dem YouTube-Dunner-Bewegung? Hier haben wir noch einen Karten-Shop. Äh... Kartenhändler. Okay. Das ist gar nicht zum Aufwerten. Das war für... Händler. Ah... Okay. Wir brauchen hier jetzt nix. Das war auch die Super-Händler. Gibt es auch die Normale. Hier sind noch Torschlüsse. Damit wir... von der Story weiterkommen. Und wir uns hier legendäre Duellanten holen können. Joule-Dealer habe ich schon. Dann können wir nämlich hier austauschen. Ne. Ah, warte mal. Dann können wir noch Macht der Fenster nicht machen. Aktivieren wir gleich... Yami. Ich kann mir das denn im Normale nicht erreichen. Komm. Wollen wir... Größen. Also... Reiner mit. Ne. Ich weiß, dass das jetzt nicht mehr gut ist. Wider ist groß versehen. Ich warte jetzt bis der... höher gekommen ist. Wenn den 5... Dann kann ich einen... Habe ich einen Deck. Es wird dann nichts für das Deck machen. Oder hier könnte auch wechseln. Also... draufklicken. So, ich würd sagen, haben wir die noch frei und dann haben wir es. Ja, ich bin als erstes dran! Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Der erstmal fällt weg. Wieder vor Beteiligung. Farben wechseln, Zug beenden. Das ist aber doch nicht das. Ich dachte, er ist immer... Zack! Ja, jetzt hat er Boost gekriegt durch die Armee. So, das ist glaube ich auch gut. Ja, Prinzessin und Herr Luther. Erster Horn. Zack! Mit dem Horn ins Auge. Oh, normal. Schön, die Leifmanns. Hier ist einfach. Wir gehen wieder Wolken. Und Flucht des Alters. Ja. Ich will jetzt keinen Monster, ich greffe abwarten. Zack! Und... Zack! Gewonnen! Ah, eine Aufgabe. Zaubercharakter. Ich werde da nochmal kommen. Ja, der Handwerkzeug hat alles schon. Ja, der Handwerkzeug hat alles schon. Achso. Achso. Und wir haben... Zwei Kugels. Das können wir hier nochmal draufklicken. Ja, jetzt ist er bald. Ja. Ja. Jetzt noch mal wieder mal. Ähm... Scheiß! Äh... Warte mal. Welchstuhl geht doch? Ich glaub hier was. Wie kann man... ... geht doch. Genau. Jetzt kann man hier draufklicken. Ah... Fuck. Ich hätte vielleicht... Nee doch. Irgendwann mal ein Dex kopieren. Äh... Ich muss nicht kaufen. Naja. Ich schau mich mal hier rum und dann... Ah... Ich glaub ich hab's kaputt. Okay. Genau. Dekopieren. Das kann man hier reinschieben. Dekopiert. So. Sauber. Jetzt haben wir... Elementalen. Yps. Jetzt können wir hier nämlich noch die ganzen. Ähm... Anderen Elementalen. Oder... Da sind die, die ich vor ausgesucht hab. Ah, hier. Den noch reinschieben. Zack. So. Dann spazieren wir. Hup. Und dann würde ich sagen. Ja. Jetzt müssen wir das tiefes Deck. Ist eh besser. So. Jetzt haben wir das Deck wieder drin. Zack. Klick drauf. Schau. Schau. Ja. Gut dann. Jetzt muss ich jetzt wieder. Also. Haut rein. Tschüss.